Mein Lieblingsprodukt von King Nature ist AminoAid. Und zwar nehme ich das eigentlich täglich vor und auch nach den Trainingseinheiten. Das Besondere daran ist nämlich, dass im Vergleich zu anderen Aminosäureprodukten kein L-Tryptophan enthalten ist. L-Tryptophan ist eine Aminosäure, die im Körper Entzündungen verstärken kann. Und da man als Leistungssportler immer in sehr intensiven Bereichen trainiert, sind Entzündungsreaktionen im Körper natürlich ganz normal. Und wenn man dann noch L-Tryptophan zuführt, können diese Entzündungen stärker werden. Deswegen zähle ich auf AminoAid, um meinen Körper bestmöglich zu regenerieren.